Für alle, die heute Abend zu SolarEdge gekommen sind, Thanks for all of those who enjoy SolarEdge. Enjoy the party. And there is one major announcement. This is the guy, and his name is Guy. Guy Seller, the CEO of SolarEdge. Also, der CEO von SolarEdge, Guy Seller. Und jetzt hoffe ich mal, dass ihr alle mit ihm zufrieden seid.